und und weil ich in YouTube hier ist ein mega Esel der Flo und wo ist der Kinderstumpf ich bin hier irgendwo das hier oben auf der dann an was auf der Aussichtsplattform ja genau das mein ich so wie schon in der letzten Folge die 10 Prozent bis unsere Maschine jetzt hier fisch anschaue die Vorbereitung die die Ehre geben anzuschalten aber nein jetzt nicht ich will ganz sicher weg und Joachim das Wort war die Kacke habe ich schon oder so das Ding hat nämlich schon sechs Solarpenten zu tun überhaupt da kommt der Elektronik circuit die wir brauchen in der drin ist kommt ein weiteres Solarpenten das unsere Aufgabe ist zu gucken dass die Dinger nicht hier überfüllt werden die kräftigen Tätel ist und macht uns auch aus wo 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 Ok sieht nur so aus als wäre die Pipe verpackt Ok jetzt bräuchte ich mir noch ganz viele elektronik circuits da kommt gleich der Nächste raus die Kabel sind nämlich gerade eingetroffen Tja oh die nehmen wir mal raus sonst die überfüllte Bakt ja tierisch rum gerade hier die ganze Apparatur ich hab sogar Midi Easy Total War ach du gott Rainbow Six Vegas 2 scheiße ok ich weiß abgerunde ich will es totale Prozent das sind die Teile auch mal wieder nachfüllen das ist ja das Schlimme gerade ja wir müssen auch gucken dass sich die Schöpfchen zählt es nicht überfüllen und jetzt beispielsweise Kupferkabel nicht nur eine Hälfte weg die wir zurück in das Ding er hat Prozent wir sollten mal zu dem was passiert das weiße muss passieren würde wenn die überfüllt sind äh dann fallen die einfach links daneben raus wir haben jetzt schon mit der Methode zehn Solarpanels hergestellt da kommt nicht gerade ein weiteres raus Lohnunghaft oder ist besser als die ganzen Sachen selbst zu kraften geht zwar nicht so schnell aber schafft mehr gleichzeitig was hat sich die gerade weggeschleudert der da ich hab mich an Bogen da aber egal ich glaube nicht ich bin ich bin hier hoch so was das sein wieder angeschaltet bei der Sauer auf ich hab's genau gesehen in den Bogen ich mein's den hier oh andere Reflexe ja genau haut euch mal untereinander verdammt hier geht's nicht rein genau lauf weg, lauf weg du Pussy, lauf weg komm, vermiss dich das ist oh daneben schossen das daneben ist auch vorbei du brennst du brennst du bockst du wieso brenn ich weil ich hab ein entschauerndes Schwert wo du Feuer drin hast ich bin so ach ne gut brennt sich mehr gut hauptsache du stirbst hier nicht, das ist das das ist das wichtigste Kopfschuss so hörst du es mal auf du direkt wie er sagt ich wollte Flo treffen, Entschuldigung, ich hab aus Versehen dich verwechselt Floß kann man auch vielleicht verwechseln ja weil ihr die gleiche Rüstung anhabt nein, meine, ähm, ist verzaubert nein, meine, ähm, ist verzaubert voll der Anzeige bug bei mir alle Sachen gehen hier rein, aber bei mir sieht es aus, als wäre die ganze Zeit voll der Glas wischelt's mich an ich will mich mit der mit der füllischen Gitarre zu tun haben ey, hörst du jetzt mal auf mit dem blöden Schwert hier nein, lass nicht in Ruhe ich springe lieber alleine, tut mir leid und tschüss, wiii das ist voll Patti-mäßig ja, ich gehe taktisch in Deckung hörst du vielleicht auch da komm haaa Flo, wenn du willst, kannst du die Solarpanels schon mal umwandeln hier in, ähm Stürmer an deinen eigenen Pfeilen nein, tu ich nicht, ich sterb hier fast an einem geht nicht so Flo, wenn du willst, kannst du ja eher Solarpanels umwandeln, du weißt schon was hier, ähm Solarthalter, die haben schon 17 Stück, müssen es sein ok, kurzum, warum noch der LV-Trends Pfff LV-Transformator, du bist Punkt LV-Transformator Part 2 Koba, bis Kupfer, Kabel Unbeschnauert die ist leer das Wurzeln die Kumpel die Kumpel der Kerstin haben wir doch noch in unseren Kissen äh gug 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 genau wie er bei der Maschine ach da passiert doch nichts doch einmal auf die Pfeife raufhauen und die ganzen Teilchen raus okay gut, warte mach ich mal Ha, getroffen! hier sind drei weitere Solarpanels, ne? so, Floyd, reicht's so, Floyd, reicht's hoppala, so macht sie äh, wo waren die komische Hülle, die ihr hier entdeckt hattet? ähm, Loch 2 Loch 2, also hier um 2, hier würde gehen bequem ich mich einmal dorthin Gott ich will nicht sterben was, hier ist ein Loch ach, da oben ich bin gestorben das ist so das ist ein Loch ja, das ist komisch, das war ganz in der Höhle drin also ich will Wölkern abbauen so muss sogar aufgeschlagen bei einem das macht mir nichts es wird zu den anderen nicht diese Sätze nicht in den geben oder 1 nein wer hat mich gerade genau besser gefragt der Ausflug für den Kellerschlug zu geben oder 1 ja ich bin aufgespawnt Prozent das ist bei uns im Dienste Nena Tieter ich erinnere Null und irgendwie Doch, wieder ist er in Ordnung. Uncool. Ich häng fest. Excuse me, I must kurz disconnect and connect. Das fuckt mich jetzt ein bisschen ab. Okay. Nimmst du die Solarpanels immer wieder raus? Ja. Gut. Und hast du schon ein paar Solardinger hergestellt? Ja, Pollo. Low voltage. Wenn wir eine Highvoltage schon brauchen, brauchen wir nie wieder arbeiten. Wirklich nie wieder. Was nachher hier... Warum hast du dann Solarpanels hingestellt? Ja, ich hab nirgendwo Worte gestellt. Hier steht ein Solarpanels. Hier bei der Maschine. Hier bei der Maschine. Ich hab nirgendwo Worte. Bau ab. Ja, womit denn? Kann auch noch. Wo ist noch Maschinenblock? Der Generator? Was hast du? Wie gesagt, musst du noch Generator? Da, so meiner mit. Wir brauchen noch mehr Elektronik-Zirkel jetzt. So, LV. Das sind sechs, zwei Wochen noch. Okay, wir müssen kurz Maschinen ruhen lassen. Die Waren auch die Wurst langsam rot, ne? Die Waren rot. So, dann können wir alles, was überfüllt ist, schon wieder zurückpumpen. Äh, zurück in die Kisten packen. Bestes Beispiel ist hier das Kupfer. So, geht hier grad sämtliches Kupferkabel zurück in die Kiste? Ne, das ist Anzeige-Bug. Das geht wirklich hier weg. Ne, das läuft echt grad wirklich zurück. Die Kiste fühlt sich auch wieder da wird. Wo? Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten. Hier ging das Kupferkabel zurück in die Kiste. Und hat es auch wieder teilweise auch geholfen. Kann ich in die Kiste zurückgehen? Doch. Glaub mir, das ging. Ja, weil das Ding hier überfüllt war schon. Aber eigentlich ist es auch kein korrekter Grund. Lass aus. Wieso sind doch schon wieder alle blau? Ja, aber ich habe noch nicht alles wieder geregelt. Ich nehme jetzt mal die Teile. Also, ich glaube, die Folge wird immer wahrscheinlich wieder wach ohne Penny sein. Und dann kommt. Sehe ich noch da. Ach so, das ist doch schwer da. Guten Tag. Hier bin ich. Der war auch die ganze Zeit, oder? Ja. Eben. So flogen wir mit seinen Märchengeschichten. Ja, also der hat gerade keine Ahnung, der Mensch. Hier kommt, denke ich ja. Oh, oh. Okay, kannst wieder anschmeißen, meine ich. Oh, oh. Ja. So, ja. Nein, ist gar nichts. Nein, ist gar nichts. No, wha? Ich weiß nicht, woran wir in den Zeitkreisen. Ja, kann ich nicht mal rechts drum. Du kannst die Produktion beschleunigen, indem du hier die Sachen aus den Kisten da automatisch noch mit reinfüllst, also rausnimmst aus den Kisten und dann da reinpackst. Ja, okay. Weil hier fehlt wirklich nur Kupferkabel, um das weiter zu verarbeiten. Naja, jetzt kommt er auch nicht, Kupferkabel. Wie hier die ganze Zeit die Generatoren rausgehen, ein Generator nach dem anderen. So, ist doch cool. Stell vor, die würden wir alle mit Kohle befeuern. Tja. Alleine schon. Wir haben hier schon 34 Generatoren, die noch nicht verarbeitet wurden. Oh, ich mach mal uns und so, ne? Mein Wege. Von wo. Und nur weil die Kisten voll ist. Wie weil die Kiste voll ist. das ist die voll ist ist das oben voll welche die da hinten die unsere Gäste von Weifern also und die ich dachte von der Restung war die nein Nein. Deswegen habe ich mich auch schon so gewundert. Komm, hier die schnell die Schaltkreise rauskommt. So. Ich muss noch ein bisschen helfen, dem Kupferkabel, damit mehr durchkommen. Bin dabei. Wir haben schon wieder vier Solarpreis, wie viel hast du jetzt eigentlich schon in der Tasche? Ich habe es schon drei, vier, insgesamt vier Low-Rootage. Wir brauchen jetzt mal acht, um eine Low-Rootage herzustellen. Und dann brauchen wir nochmal, von den acht Low-Rootage, um eine Medium-Rootage herzustellen. Und dann brauchen wir von den Medium-Rootage nochmal acht, um eine High-Rootage herzustellen. Und wir brauchen die so einer High-Rootage für die Lab-Tron-Christus, und wofür wollt wir die Lab-Tron-Christus noch verwenden? Kein Ahnung. Ja. Komm mal, Leute. Wir brauchen so viel Zeit dafür, dass wir jetzt alles vergessen. Also, wir brauchen so viel Zeit dafür, dass wir jetzt alles vergessen haben. Ich fand das auch ein gutes Deutsch-Flo. Geh, wo du wirst. Oh, da ist ein Enderman. Ich hab Angst. Ey. Besser. 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 Eieieieieieieieieiei. Brauche ich mir keine紅attron Rexha COMMISSIONER? Ne, ne. Gut, brauche ich nicht suchen. Die Antwortet mich ruhig nicht. Ja, auch schon. Was gesagt? Nein. Nicht zu euch. Dann ist er gut. Total. Aber wir sollten vielleicht mal irgendwie was erzählen, weil sonst ist das irgendwie langweilig. Was hast du dir vorgestellt für deine zukünftigen Aufnahmen? Keine Ahnung, irgendwas Neues halt. Irgendwas Neues geben. Vielleicht machen ich und froh ja mal so einen kleinen Mittelalterfight. Müssen wir mal gucken, wenn es klappt. Dann ziehe ich den Klinen mal ab. Der Film von Paddy's Kanal sieht in der Videobeschreibung, Besuch die Leute, nochmal. Abonnieteen. Ja Flo natürlich auch seinen Kanal seit ein Flopo. Da läuft doch nix. Ach das, was das ändern wollte ich sagen, das machen. Ne, 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 ne. Aufnahmen. Auch noch. Ja, ich habe viel zu tun. Ja, Jim, aber jetzt Schule. Ihr werdet demnächst noch hier Battlefeed von mir sehen, immer abwechselnd mit MV3, alle drei Tage. Warum MV3? Das guckt kein Schwein mehr sich an. Da verlierst du doch nur Abo-Dampen. Nein, eigentlich nicht. Ich habe ein Video vor ein paar Tagen hochgestellt und innerhalb von fünf Stunden hat es schon zehn Aufruf gehabt. Ich weiß, das klingt für euch jetzt nicht so besonders, aber für uns ist es verdammt viel. Trotzdem, das Spiel ist scheiße, das nimmt man nicht auf. Habe ich auch nicht. Ich habe meinen Kumpel. Du kannst dir auch keinen Rufwort machen, Penny. Nein, na Gottes Willen. Ja, im Endeffekt ist das ja gerade das, was du machst. Ich finde, wie ist meine Meinung, das Spiel ist einfach nur scheiße. MV3 haben die einfach nur versaut. Ich stimme dir mal richtig zu. Dann willst du das doch noch aufnehmen? Ja. Dann willst du das auch noch aufnehmen? Also, ich habe sie nicht aufgenommen. Das ist ein Kumpel hat gezockt. Hä? Wieso? Das raffe ich jetzt nicht. Was? Wenn ich Redstone abbaue, dann kriege ich doch die vier kleinen Redstone-Teile, richtig? Ja. Ich habe jetzt aber hier Rothstein-Erz abgebaut. Toll? Das raffe ich jetzt gerade nicht. Oh, Lava, weg da, weg, weg, weg. Ich hasse Lava. Lass mich in Ruhe. Okay, hier sind 32 Solarpanels drin. Okay, dann komme ich mal hoch. Jan, wälzt du auch die Zeit schön im Auge? Ja, liebe Leute, wir haben jetzt unseren ersten kleinen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.